Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2 zu 1 heißt das Motto im Januar und Februar. Das heißt, zwei Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Willkommen beim Finale zum großen Bankentest 2012 von Focus Money. Die gelbe Bank fällt schon auf den ersten Metern zurück. Und die orange-blauen tun sich schwer. Auch die rot-weiße Bank hat Probleme. Auf dem zweiten Platz liegt die blaue Bank. Aber es reicht wieder nicht. Sieger wird zum dritten Mal die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Da hat wirklich einer Grund, sich zu freuen. Was für ein Sieg. Hattrick für die Sparkasse. Die Drehscheibe Lausitz. Der Wochenrückblick. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenrückblick. Das Kammelser-Lessing-Gymnasium soll Teil einer neuen touristischen Route werden. Geplant ist eine Straße der deutschen Sprache, die von mehreren Städten in einer eigens gegründeten Arbeitsgemeinschaft forciert werden soll. Sie könnte die erste Ferienstraße sein, die Sprachpflege und Tourismus miteinander verbindet, heißt es auf der entsprechenden Internetseite. Der Kern der Straße wird in Mitteldeutschland liegen, also in den Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Neben Kammels und Lessing werden dort auch die Lutherstadt Eisleben sowie das Schleizer Routenneum als Geburtsstätte des Dunens vertreten sein. Der frühe Wintereinbruch im Dezember sorgte in Ostsachsen zum Teil für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. In Kammels wurden im Vergleich zum November 93 Jobsuchende mehr registriert. Die Quote stieg auf 6,6 Prozent. In der Geschäftsstelle Hoyerswerda gab es mit 4.321 13 Arbeitslose weniger. Das entspricht einer Quote von 12,2 Prozent. Anne-Werena Pauli, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Bautzen. Erwartungsgemäß war im Dezember die saisonalen Gründe vorrangig, die dafür verantwortlich sind, dass gerade auch im Bereich hohen Tiefbau bzw. für die Berufe, die draußen getätigt werden, die Arbeiten zum Erliegen kamen oder eine Winterpause dann eingetreten ist. Und deshalb sind also auch entsprechend die Männer mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als die Frauen. Die meisten Stellenangebote kamen natürlich nach wie vor aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, also Leiharbeit. Dann haben wir auch im Gesundheitswesen noch Zugänge bzw. Bedarfsanzeigen für Hotel- und Gaststättengewerbe. Ja, das sind eigentlich so die größten Schwerpunkte. Die traditionell im Vorfeld des Volkstrauertages gemeinsam von der Stadt und dem Volksbund Deutsche Kriegskräberfürsorge durchgeführte Haus- und Straßensammlung erbrachte 2012 in Hoyerswerda erneut ein gutes Spendenergebnis von rund 965 Euro. Man dankt auf diesem Weg allen Spendern und natürlich den fleißigen Sammlern herzlich. Die gesammelten Gelder dienen der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben des Volksbundes im In- und Ausland, wozu insbesondere die Anlegung und dauerhafte Pflege von Kriegsgräberstätten gehört. 153 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Hoyerswerda das Jahrwort gegeben. Das waren fünf weniger als 2011. In der Zuse-Stadt gab es in diesem Jahr auch eine Doppelhochzeit. Cousin und Cousine traten mit ihren Partnern an den Traualtar. An der Konrad-Zusak-Akademie Hoyerswerda findet am 14. Januar die erste Informationsveranstaltung zur beruflichen Weiterbildung in diesem Jahr statt. Vorgestellt werden Chancen und Perspektiven einer Aufstiegsfortbildung zum geprüften Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen mit IHK-Abschluss. Inhalt und Ablauf der Weiterbildung stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie die Kosten und die entsprechenden Fördermöglichkeiten des berufsbegleitenden Abendkurses. Weitere Informationen gibt es in der Zusak in der Schulstraße 15 oder telefonisch unter der Rufnummer 03571 20 90 56. Auch in diesem Jahr sucht die AOK wieder einen Schulmeister. Bis zum 17. April können Jugendliche im Internet ein Quiz spielen und dort Fragen zum Thema Gesundheit, Entertainment und Allgemeinbildung beantworten. Die beste Schule aus jedem Bundesland qualifiziert sich dann für das große Finale in Berlin. Dort geht ein Sechser-Team dann auf Punktejagd. Unterstützt von den Jugendtrainern von Alba Berlin müssen die Finalisten dabei Teamgeist, Geschicklichkeit, Fitness und Köpfchen beweisen. Wer hier am Ende die Nase vorn hat, darf sich AOK Schulmeister 2013 nennen und gewinnt ein Exklusivkonzert mit dem zurzeit wohl erfolgreichsten deutschen Rapper Crow. Mehr zum Wettbewerb ist zu finden im Internet unter aok-on.de. Auf ein erfolgreiches Jahr 2012 blickt man auch im christlichen Gymnasium Joanneum in Hoyerswerda zurück. Das sagte Schulleiter Günter Kiefer am Samstag anlässlich des Tages der offenen Tür der Elsterwelle. Hunderte Gäste nutzten die Gelegenheit sich über die Angebote, aber auch das besondere Flair der Einrichtung zu informieren. Angefangen hatte man 1992 mit zwölf Lehrern, jetzt unterrichten 37 Pädagogen an der Einrichtung in der Hoyerswerda Altstadt. Die über 500 Schüler kommen aus der Region von Geierswalde bis Königsbrück, aber auch aus Städten Brandenburgs wie Spremberg, Schwarze Pumpe und Senftenberg. Schüler, Eltern und Lehrer verstehen sich als Schulgemeinde. Wenn drei Freunde auf der Bühne stehen und Musik machen, dann merkt man das. Richtig gut zu spüren war das am Samstag in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Die drei Heiligen hatten sich angekündigt und die Kufa war rappelvoll. Es gab eine Menge toller Balladen von den drei Schwergewichten der DDR-Musikgeschichte zu hören. Zur Zugabe brachte dann jeder seinen Superhit. Langeweile mit André Herzberg, damals bei Pankow, als ich fortging mit Dirk Michaelis, der bei Karussell spielte und Käfer auf dem Blatt mit Dirk Zöllner, seinerzeit Chef von Die Zöllner. Wieder zahlreiche Athleten kamen am Sonntag nach Hoyerswerda, um den mittlerweile 24. Neujahrslauf zu bestreiten. Gelaufen wurde in zwei Kategorien, zwei und sechs Kilometer. Die Siegerin beim Zwei-Kilometer-Volkslauf war die elfjährige Anna-Celine Karpstein, die auch alle Erwachsenen-Starter hinter sich ließ. Sieger über sechs Kilometer wurde der 16-jährige Dresdner Karl Bettendorf. Ab sofort können sich Profisportler und Freizeitathleten für die Teilnahme am diesjährigen Kamenzer Blütenlauf anmelden. Das sportliche Großereignis in der Lessingstadt findet am 5. Mai statt. Beim Blütenlauf stehen Strecken von ein und zwei Kilometern Länge für Kinder und die sechs, zehn sowie 15 Kilometer Touren für Erwachsene zur Auswahl. Auch Nordic Walker und Radsportler kommen auf ihre Kosten, heißt es in einer Mitteilung. Die Anmeldungen sind im Internet unter lausitzer-blütenlauf.de möglich. Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochnachmittag auf der W96 zwischen Königswarter und Kaminau. Ein 52-Jähriger fuhr aus noch unbekannter Ursache auf der Bundesstraße gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Er wurde ins Klinikum eingeliefert. Schüsse waren am Dienstagnachmittag in der Hoyerswerda Altstadt zu hören. Dabei handelt es sich um einen Geburtstagsgruß der privilegierten Schützengilde an Diplomingenieur Thomas Gröbe. Der Planer selbst, Mitglied, feierte rundes Jubiläum, nämlich seinen 50. Geburtstag. Die Sanierung des Lessing-Gymnasiums in Hoyerswerda sowie des Bernsdorfer Rathauses werden unter anderem von seinem Büro durchgeführt. Bärendame Susi aus dem Hoyerswerda Zoo ist tot. Sie hatte schon seit vielen Jahren altersbedingte Arthrose, die aber medikamentös gut unter Kontrolle zu halten war, informiert die Einrichtung. In den letzten Tagen wurde Susi aber zunehmend schwächer und konnte weder Futter noch ihre Medikamente aufnehmen. Daher entschied man sich am Montag, das Tier von seinem Leiden zu erlösen. Susi wurde stolze 43 Jahre. Der bisher älteste in Gefangenschaft gehaltene Bär brachte es auf 46 Jahre. Sächsische Schüler können sich jetzt für die Aktion Schaureien, die Woche der offenen Unternehmen, anmelden. Die Teilnehmer können so praxisnahe Einblicke in Betriebe und Unternehmen erhalten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines Bewerbungstrainings. Im Landkreis Bautzen haben sich bereits 63 Unternehmen für die Aktion registriert. Insgesamt bieten die Firmen im Landkreis mehr als 700 Plätze an. Dabei ist es den Jugendlichen überlassen, ob sie nur eine oder gleich mehrere Veranstaltungen während der Woche wahrnehmen. Auch Schüler, die nach dem Schulabschluss ein Studium anstreben, können sich bei Schaureien über entsprechende Karrierewege informieren. Für den Besuch in den Unternehmen werden die Jugendlichen in der Regel vom Unterricht freigestellt. Anmeldungen sind im Internet unter schauminusrein-sachsen.de möglich. Die Zahl der Handwerksbetriebe im Kammerbezirk Dresden ist erneut gestiegen. Ende Dezember waren insgesamt 22.854 Unternehmen gemeldet. Das sind 157 mehr als vor einem Jahr. Mit 14,1 Betrieben je 1.000 Einwohner liegt die Handwerksdichte im Kammerbezirk Dresden über dem bundesdeutschen Durchschnitt, der bei 12,1 liegt. Am Montag hat die Geriatrie im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda ihre Übergangsstation bezogen. Dort arbeitet das Team bis zum Bauabschluss der neuen Station- und Tagesklinik im kommenden Jahr. Zunächst stehen 20 Betten für Patienten ab dem 75. Lebensjahr mit mehrfachen Beschwerden zur Verfügung. Daneben gibt es Behandlungszimmer und ein multifunktionales Besprechungszimmer, in dem unter anderem das gemeinsame Frühstück eingenommen werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Die Geriatrie, also Altersmedizin, gewinnt in Zeiten des demografischen Wandels immer mehr an Bedeutung, sagt Diplom-Medizinerin Michaela Stöckel, die seit September 2012 Chefärztin der Klinik für Geriatrie im Lausitzer Seenlandklinikum ist. Der Umzug des Hoyerswerda Vereinsdomizils Haus der Parität in das benachbarte ehemalige Frauenhaus ist abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung mithält, wird derzeit eingeräumt, allerdings funktioniere die telefonische Erreichbarkeit noch nicht. Ab Donnerstag sollen die Telefonleitungen schrittweise eingerichtet werden. Bis dahin bleibt bei Anfragen nur der Weg direkt vor Ort in die Heinrich-Mann-Straße 37. Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in Königsbrück in eine Gemeinschaftspraxis in der Gräfenhainer Straße eingebrochen. Sie waren offenbar auf der Suche nach Computertechnik und Bargeld. Der Schaden wurde mit etwa 1.800 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Am Dienstagabend ist in Spremberg eine Studie zum Problem der Braunfärbung der Spree vorgestellt worden. Schuld daran ist eine Belastung des Wassers durch Eisen und Sulfate. Die Stoffe gelangen durch ansteigendes Grundwasser und Niederschlag aus den Kippen der ehemaligen Tagebauer in die fließenden Gewässer. Die LMBV kündigte ab 2014 ein Pilotprojekt an, um das Herausfiltern der Eisenablagerung zu testen. Allerdings muss dafür die Finanzierung noch geklärt werden. Und das war dann unser Wochenrückblick, liebe Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche jetzt noch gute Unterhaltung mit unserem Programm und ich wünsche uns allen wie immer eine gute Woche. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Pflegedienst und Fahrservice vergiss mal nicht. Fahrdienste aller Art, auch für Rollstuhlfahrer auf Wunsch mit Begleitung. Mittagsmenüs der Catering GmbH des Lausitzer Seenland Klinikums bringen wir zu Ihnen nach Hause. Und das alles in und um Heuerswerda, Elsterheide und Kamenz. Sie erreichen uns rund um die Uhr unter Heuerswerda 47 49 97. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung. Und ganz ohne Gebühren.